Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Band 1 der Prestigereihe von Kati Weber vor, King's Fall. Erstmal zu den Basics. Das Buch hat genau 300 sehr großzügig beschriebene Seiten und kostet 12,99. Finde ich in Ordnung. Wobei, wenn ich ehrlich bin, nee. Wenn man sich die Seiten hier mal anguckt, die Schriftgröße ist ziemlich groß und da ist nur sehr wenig Platz beschrieben. Und ich glaube, wenn man das ein normales Format machen würde, dann wären das nur vielleicht so 150 Seiten. Um es mal so auszudrücken. Deswegen finde ich es ein bisschen teuer. Das Cover gefällt mir dafür aber wirklich sehr, sehr gut. Ich finde es total geschmackvoll. Ich finde es ansprechend. Ja, alles in allem wirklich gut gewählt. Hat mir direkt ins Auge gestochen. Die Protagonistin. Die Autorin ist übrigens Self-Publisherin, weswegen ich die Bücher überhaupt gekauft habe. Ich habe sie nämlich auf Instagram entdeckt und dachte mir so, ja, ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt mein Genre. Aber irgendwie lese ich doch recht viel da drin. Also probiere ich es einfach mal aus. Es ist tatsächlich noch viel weniger mein Genre als normalerweise. Aber naja. Ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Und zwar, ist schon lange her. Die Protagonistin Savannah kommt an die Uni, also ans College, genau, Baylor University heißt die. Und da ist ihre Schwester vor einem Jahr verstorben. Beziehungsweise hat sie sich im Pool ertränkt. Und Savannah ist die Einzige, die einfach nicht glauben kann, dass ihre Schwester so etwas tun würde. Und deswegen schreibt sie sich selbst an der Uni ein und versucht, dem Ganzen nachzugehen. Dabei begegnet sie Kaylin King, dem Vorsitzenden einer geheimen Bruderschaft, die sich Prestige nennt. Und die ist so ein Zusammenschluss aus Leuten, die es heilschwer im Leben haben einfach. Und die Leute in ihrem Leben oder in ihrer Umgebung brauchen, die sie unterstützen und für sie da sind. Und Kaylin hat eben das Gefühl, dass Savannah genau so etwas braucht und ist bereit dafür, alle Regeln über Bord zu werfen. Wie hat es mir gefallen? Was daran nicht mein Fall ist, ist dieses ganze College und sowas. Aber andererseits lese ich gerade auch After, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich lese es ganz gerne, um ein bisschen abzuschalten. Ich muss aber sagen, an sich hat mir das Buch gut gefallen. Es war mal was anderes. Es gab nicht so viel Drama. Es war eher so ein normales Kennenlernen-Ding. Das Ding ist halt, dadurch, dass es gar kein Drama gab und auch keine krassen Enthüllungen oder sowas, gab es auch eher so Zero-Spannung. Ich empfinde das Buch trotzdem als positiv, weil ich es irgendwie als entspannend betrachte. Es ist so eine nette Sonntagnachmittag-Lektüre, die man halt auch wirklich in zwei Stunden durch hat. Deswegen hat meine Vermutung, dass es eigentlich nur so 150 Seiten sein können. Ich finde alles daran einfach seicht und nett. Es gibt weder wahnsinnig komplexe Protagonisten, noch irgendwelche Wahnsinns-Story-Plot-Twists oder, keine Ahnung, irgendwelche super ausgefeilten Neuheiten. Alles das, was da drin passiert ist, hat es schon mal gegeben, nur spannender. Ich finde tatsächlich, hat die Story viel mehr Potenzial, als tatsächlich genutzt wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Spannung gegeben hätte. Gleichzeitig habe ich auch dieses Gefühl von, also diese Prestige-Bruderschaft, die machen so ziemlich fragwürdige Aufnahmerituale, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich bei ein paar Szenen dachte so, äh, mit denen würde ich niemals irgendwas zu tun haben wollen, wenn die so eine Scheiße abziehen. Und dafür habe ich auch gar kein Verständnis. Das war so ein bisschen übermotiviert irgendwie. Man merkt auf jeden Fall deutlich, in welche Richtung die Autorin mit den Büchern gehen wollte, auch mit der Story und den Charakteren. Auf jeden Fall sollte Caelan so der große dunkle Unbekannte sein, der aber alles fest im Griff hat. Das Gefühl habe ich leider gar nicht. Ich fand ihn eher sehr freundlich irgendwie. Und das hat mich ein bisschen gestört. Er war überhaupt nicht so der Bad Guy, den man eigentlich gerne hat bei solchen Büchern. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, dass ich die Namen einfach wirklich grauenhaft finde. Ich meine, er heißt King, sein bester Kumpel heißt Knight, äh, noch ein Kumpel von denen heißt Crown und noch einer heißt Throne. Und ich bin so, ja, wir haben es langsam gecheckt, worauf du hinaus willst. Also es ist wirklich ein bisschen... ...below, leider, ja. Aber kann man nichts machen. So, an sich finde ich die Bücher wirklich, also ich habe Teil 2 und Teil 3 ja schon gelesen, stelle ich euch auch direkt im Anschluss vor, aber... ...also morgen und übermorgen. Aber, ja, ich kann dazu wirklich nur sagen, dass ich es nett finde, aber es ist nichts Bahnbrechendes, nichts Weltbewegendes. Es ist wirklich alles schon mal da gewesen und alles so ein bisschen... ...bischchen wischi-waschi. Finde ich schade. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Gleichzeitig möchte ich aber auch gerne die aktuelleren Bücher der Autorin lesen, weil ich irgendwie denke, dass ich da vielleicht noch was tun kann. Das Ding ist auch, dass ich das Gefühl hatte manchmal, dass sie gar keine Probeleser hatte oder keine Korrekturleser zumindest, weil ich habe echt viele Fehler gefunden und gerade Ausdrucksfehler, also Formulierungen, die es einfach nicht gibt und sowas. Ich bin da bei sowas auch sehr pedantisch, aber da habe ich schon überlegt, ob ich nicht einfach als Lektorin arbeiten soll. Für Self-Publisher oder so. Also ich würde es da ein bisschen preiswerter anbieten, aber dafür halt ordentlich. Keine Ahnung. Ich habe dann aber auch manchmal das Gefühl, ich versuche, der Story meinen Stempel aufzudrücken. Das will ich ja auch nicht. Deswegen versuche ich wirklich, darüber hinwegzusehen, aber manche Formulierungen existieren halt einfach nicht. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, beim nächsten Mal stelle ich euch Teil 2 vor. Der heißt Night Rise und danach Teil 3. Was in der nächsten Zeit von der Autorin hier kommt, weiß ich noch nicht. Am besten schaut ihr einfach mal auf meinem Instagram-Account vorbei, da sehe ich ja auch die Literatur. Da werde ich euch auf jeden Fall auch dahingehend auf dem Laufenden halten. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr überhaupt daran Interesse habt, solche Bücher vorgestellt zu bekommen. Immerhin ist das ja ein Fantasy-Kanal. Nur weil ich es lese, muss ich es euch nicht vorstellen. Das Gleiche gilt auch für After zum Beispiel. Ich fände es zwar interessant, eure Meinung zu meiner Meinung zu hören, aber wenn ihr gar kein Interesse an solchen Büchern aus diesem Genre hegt, dann ist das gar nicht schlimm. Dann schreibt es einfach in die Kommentare, aber dann gibt es hier das einfach nicht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, da eure Meinung zu zu hören. Ansonsten natürlich auch immer gerne auf den Abo-Button drücken und die Glocke betätigen, um hier nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. und noch einen schönen Tag. oder die pione sticks? Und jetzt geh'n Frage, Und dannao das weil ich die Situation von? Vielen Dank.